Oliver, sind Sie das? Sie bilden ein Bataillon aus Mineuren und suchen noch Bergleute und Ingenieure. Oh, im Krieg braucht man Männer. Gute Männer vor allen Dingen. Ich hab unterschrieben. Bewilligt euch! Jawohl! Scheiße! Woodward, ich hörte davon, dass Sie Sprengmeister sind. Ja, Sir. Unsere Artillerie widmet sich schon eine Woche dem Hof. Sie sind noch nie aus dem Graben geklettert, nicht? Sie schlagen einen senkrechten Schacht vor. Genau hier. Es ist unmöglich. Sie sind nicht mal richtige Soldaten, nicht? Man fragt sich, was Sie hier verloren haben. Sie sind unter uns. Was auch passieren wird, jeder bleibt auf Position und hält die Stellung. Wenn es läuft, heißt es weitermachen oder sterben. Ihr habt euch verirrt, nicht wahr, Australier? Ich hab gedacht, ihr Butler seid Wombats. Wir haben den Befehl, das Rote Haus in die Luft zu jagen. Weil ihr es offenbar nie trefft. Wenn das alles hochgeht, erleben wir die größte Detonation, die die Welt je gesehen hat. Was ist immer Gott, der uns tot zилиiden zu verholen? Genau hier wird, als er unsGreatECści übert rubberen.